Was passiert mit mir, wenn ich bei deinem Test durchfalle? Ava. Ist das was Schlimmes? Ich, ich weiß es nicht. Glaubst du, ich werde vielleicht abgeschaltet, weil ich nicht so funktioniere, wie es von mir erwartet wird? Ava, diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Darauf habe ich keinen Einfluss. Warum hat jemand darauf Einfluss? Hast du jemanden, der mit dir Tests durchführt und dich vielleicht abschaltet? Nein, habe ich nicht. Warum ich? Ich, ich weiß es nicht.